Oh doch, ist niemand in letzter Sekunde getocht Warum will mich denn niemand auf seiner Topline haben, Digga? Die tun ja so, als wenn ich inten würde Nee Nee, aber dein Jungler, der... Wir sind ja auch inten 3,12, 2,12 gegangen ist Wie sind die Q-Times unter Elo? Ja, ich hab bestimmt 4,5 Dodges hinter mir Wie du nicht mit dabei in der Q passt schon Was weißt du, warum ich Bing-Chilling-Smurfe? Bing-Chilling-Smurfe Einfach mehr Gips Roadside Tja, jetzt ist hier der Gegner mit Len Ja 2,3, what? Warum muss ich da alleine reingehen? Warum ist der Udi so scared? Wo seid ihr? Hier unten, ich hab vom Garno gewusst Wo ist Annie? Annie flasht raus mit Ult Der hätte mich da literally save'n können Der hätte mich da spielen können, vielleicht Rhyse-Pap wissen wir auch nicht, Digga Er ist grad gerecallt beim Fight, oder was? Um Toplane zu laufen Ich glaub wir sollten nicht mit Len-Fights nehmen Wir sollten mit Len-Wave auspushen Und dann Jungle gehen die ganze Zeit Jungle-Camps nehmen Und gucken ob wir Genau Irgendwie so halt Ich mach den Harald gerade Das ist nicht mein Problem Ich hab bis als tp-Tiger und er wird Er wird jetzt nicht sterben Baby Naja, das heißt niemand was uns umziehen Nee, wegen dem Turm, schaut der noch ein Bling aus Nee Vielleicht jetzt schreibt er immer die Fotze Ja Hatte nicht kalten, sollen die da auf Stehe stehen bleiben sollen Hätte ich hinbekommen So ρι mal Ich bin Ich bin Mh 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 Mein Akkurs steht übrigens 40 zu 10 mit 75% 100 irgendwo rum. Kann wohl das auch so, wenn man mehr hat. Wenn alles losest, nur wegen Alex. Wo ist denn Udi hin, Alter? Auch weggelaufen. Und Ryze ist wieder Top-Glame mit TP ab. Welcher Account steht 40 zu 10? Der Temp-Account von mir. Das ist, warum ich dir das sagte. Der ist halt D4 hat aber safe auch schon knapp. Wo du mit Amy gespielt hast. Wo ich gesagt, das ist keine gute Idee, wenn du mit D4 du quehst. Der, um auf dem du gerade spielst, oder was? Hier. Der war ja Platin 2, 80% 100. Der hat noch keine 40 Games, hä? Ja, auf IO-West. Ich hab den noch transfert. Das war mein Russland-Account. Deswegen hat der ja auch so hohe Staten. Ah, ich spiel jetzt Midland-Auto-Film. Kann ich Support, please? Die Geek-Soup mitlehnen. Ja, wieder Ryze mal E-W machen. Einfach weiter, 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 weiter. Digga! Wie sind so useless, Digga! Der hat mich ge-coot, ge-autotickt und ge-uiltet. Der hat mich ge-coot, ge-autotickt und ge-uiltet. Also meine Lobby sieht wild aus. Ich hab am liebsten Top-Land, den Jenner Jungle und den Senner Support. Hot-Nabell fährt er Midland. Ist doch wild. Ist doch wild. glaube ich wieder, wiederkkehинаrt und ge-uil. Deineimentos sind verstanding. So bleibe ab он. Wir są davon aus. Erennes ist ganz au 이용. Es geht an E-W她. Ja, stop nochmal vis competitionタ. Mein Altärscher war Ghost-Clanze gepickt. Ich hier hier, Nami-Nami. Oh, Gagas auch noch? Ist okay. Gleich bei ihm. Die bringt schon den 1v9. Die soll bis wir da rankommen. Wilde Lobby, Digga. Shadow Jungle, die sind Top-Lane. Ich geh mit, Len. Die haben Harrod Mitte geplantet auch. Da haben wir bis Mitte. Was soll ich up-lighten jetzt da? Shadow Jungle, ich hab ihn verpasst. Ich kann nicht Stopwatchen, Mann. Ich muss QSS holen, nee. Stopwatch, actually. Egal, Udi ist King, Digga, der kerriert ist. Gagal, ist da so ein Eustace-Champ in meinen Händen. Das ist nicht schlimm, Digga, ich versuche dich ja schon zu kerrieren. Nicht der Champ, Alex, das ist immer der Spieler. Wird doch gesagt, du könntest da erst ein Scheiß-Champ in meinen Händen. Ist okay. Das ist hier eigentlich auch niemand. Du würdest die Publisher davon bleiben, Alex. Scheiß-Royd-Games, Digga, warum machen die so ein Scheiß-Champion? Ja, den du dann auch Stufe 7 spielen musst. Den Publisher in der Order, nicht des Publisher-Games. Warum der so einen Händen, so einen Champion in der Order hat. Dann würde ich wahrscheinlich jeden Champion in der Level 7 haben, Digga. Der hat schon den Bonk und alles geholt. Ja, und letztens auch noch. Ich gucke dir da ein Chaos, nur um alle Champions in der Level 7 zu bekommen, Digga. Würde ich auch gerne haben, Digga, aber selber spielen. Aber dann denke ich mir so, hm, eine ganze Woche Art-Rock spielen, Digga. Ich glaube nicht, dass es die Woche aus, Alter. Ich habe, by the way, Sieg ist immer noch nicht auf dich draufgehabt, Digga. Ganzes Game schon. Weißt du, wie sagst du da? Digga, ich bin... Jo, Banagando, Alter, was ist das eigentlich? Er rusht irgendwie mit 800 Muffins, Digga, vom Teleport, auf mich zu und und mich. Könnt ihr das nicht spielen? Oh, die türen doch da jeden, oder nicht? Nee, das ist los. Go. Die sind alle so shit, Digga. Digga, wir sind negativ zusammen jetzt, äh. Egal, wie könnt ihr heute Halo spielen, das ist doch 100 Jahre sucht, wie das war, ich fühle mich wie auf Russland, Alter, was war's? Ich möchte doch nur das Game spielen, und wenn die Nigger von Raikers nicht Auto finden, kann ich auch nichts machen. Sollte, die bleiben nicht, die spielen halt First-Time-Math-Fight, das ist mir doch egal. Das ist so insane eigentlich, Andy Stunt, Udi macht seine zwei Ultis, und die Gute machen gar nichts. Die sind so juxless, einfach mal. Ja, weil du 2000 Gold hattest da jetzt nicht reingoldet, so sowas. Tja, das ist so, das ist richtige Kai-Mentalität, Digga. No cap, Alter. Weil er zwei, drei Gold hat, Digga, und ein halbes Item sich jetzt da holen kann, Digga, oder ein Force of Nature, jetzt ist ein gutes Item, Digga, so ist es nicht. Aber, Digga, das ist halt fucking, hier an einem Teamfight juckt das Force of Nature so null, Mann. Bei zehn Spielern, Digga, ein Force of Nature mehr oder weniger, zwei MR mehr oder weniger, Digga, das juckt doch niemanden, what? Wenn juckt das, weiß ich mal einer? Hm, das sah gerade Übersatisfying aus. Wollen wir Bot-Side fighten oder was? Also Top-Side ist immer schwierig zu fighten. Price tp-t auch morgen. Udi wird den Fight auf jeden Fall easy solo kranken, jetzt mal ein Not-Cap. Du musst nur zweimal Ulti drücken. Er hat schon einmal Ulti drückt, nahm ich gleich tot. So, das meine ich ja, so, äh, er kann ja nicht sterben. Ja, der Bauch hat jetzt Gold, Digga, volle Kuh aufgeladen, er hat nicht mal sein Shit runterbekommen. Ey, Kuh ist von der Kill him. Na, äh, Chuck of Ulti, nur mich? Er hat Minigold hat. Oh, hier, 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 pass auf. Oh, wie ist da hinkommen soll? Weiß ich auch nicht. Oh, Black ist reingegangen einfach, what? Ist einfach gestorben. Ist einfach reingegangen. Oh, boah. Da war er, lass mit den Pressure halten. Ich hab richtig Angst, dass wir mittlerer Reif reingepriegen. Wollen wir reingegangen? Ich würde dabei hören, sicher. Okay, holt mal. Er hat mich geholtert. Lass mich tanken. Ah, lass rauskennen. Lass mich tanken. Können auch einfach botlink in to be honest. Ja. So, nicht killt, Digga. So. Krass rauskennen, bitte. Oh, mein Gott. Falsche Dash. Hihihihi. Nutte. Oh, ich bin so tot. Oh. Nutte. Wer, der hat Flasht, ne? Ich hab da würde hier auch. Ich glaube, wir müssen irgendwie bekommen. Kai will mitmachen gleich. Aber ich weiß nicht, ob ich noch mal den Krasen will. Aber wir können noch einen Runden spielen, Digga. Ach, nee, wir wollten ja mit den Enemies spielen, ne? Ja, nee, die sind raus. Ich hab doch gesagt, sie sind gestaffen. Das hab ich gar nicht gelesen. Die sind am Dragoon. Okay, Udi, er, er. Man will eigentlich mal irgendwo hin. Okay, Digga, der Doppel E gedrückt. Nice, Digga. Ey, voll nice. Danke für deinen Doppel E. Das war voll useful. Ey, nice ghost, man. Kannst du ganz schnell mit deiner Doppel E herumlaufen. Wie du nichts gebraucht hast. Sehen jetzt beim National Arts. Aber wir sehen die doch eigentlich gleich. Da ist ein 2. Ich konnte nichts drücken. Ey, ne, vielleicht auch die bei der Doppel E. Geht's für den Redbub, Digga. Äh, Ali, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Chris Bust. Emi hat immer noch nichts gedrückt. Hallo. Hallo. Er hat immer noch nichts weiter gedrückt. Oh, jetzt hat sie geultet. Hallo, Ali. Nein, ich kann das teilen. Put something. Die hat... Die könnte uns den Feind sehen müssen. Die stand die ganze Zeit hinten und hat nichts gedrückt. Walfight, wenn du ein Pickel ist, bevor du fehlst. Ja, hä? Ey, der Feind war doch gut. What? Das war ein insaneer Feind für uns. Ich bin mittlerweile über useless. Und die da jetzt eigentlich... Dann bin ich das Vogelcamp weggenommen. Ja. Aus Prinzip, Digga. Oh, Top-Sat-Gain, ja, ne? Pass auf, die könnten andere kommen. Hier, Top-Sat-Gain. Ey, hier ist Sugar. Sugar. Help. Ich bin... Manchmal verglitcht mein Champion einfach so. Bei mir auch gerade. Wow, what is this, by the way? Kann ich ulten? Oh, Leute, jetzt hab ich auch den und hier. Digga, ich bin mit dem Chat-Bahn geno...